Der richtige Zeitpunkt, vergiss es, vergiss es, es ist nie der richtige Zeitpunkt, never. Nie wirst du den richtigen Zeitpunkt finden. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. So, jetzt habe ich dich ganz schön provoziert, euch provoziert. Der richtige Zeitpunkt, nee, der ist nie da, der richtige Zeitpunkt. Der wird nie kommen. Aber wenn wir auf den richtigen Zeitpunkt warten, dann warten wir und warten wir und warten wir und wir warten und wir warten immer noch. Da gibt es einen tollen Spruch, lieber unperfekt starten als perfekt warten, denn im Perfekt warten wird keiner besser. Nur wenn wir starten, dann ist die Herausforderung dran. Und wenn es dann auf die Mütze gibt, dann werden wir uns sicherlich anstrengen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dieses, ja, jetzt warte ich auf den richtigen Zeitpunkt, da weißt du, im Moment ist es noch nicht gut. Also, ich muss noch ein bisschen warten, bis dann das vorbei ist und bis dann die Seuche vorbei ist und bis dann meine Kinder in der Schule sind und bis dann das Projekt, das Geschäftliche, endlich vorbei ist. Und dann ist meine Frau natürlich noch im Urlaub und mein Hamster hat Mumps und meine Katze hat Fußpilz. Ja, ich höre es immer wieder. Das sind Menschen, die suchen ständig nach dem richtigen Zeitpunkt. Ja, weißt du, jetzt im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber weißt du, jetzt gerade geht es nicht. Also, das kann ich jetzt nicht machen, weil jetzt ist alles viel zu viel. Ja, es ist intelligent, sich Gedanken zu machen, ob es jetzt gerade reinpasst. Das ist richtig. Aber es gibt Menschen, die finden immer eine Ausrede, warum es jetzt im Moment nicht funktioniert. Warum jetzt im Moment keine Zeit ist, nicht der optimale Zeitpunkt, es überhaupt nicht passt. Und da ist ein Muster dahinter. Warum ist das so? Warum passt es jetzt gerade nicht rein? Das ist recht einfach. Und zwar, das sage ich auch ein Stückchen Hypothese, es muss nicht bei jedem stimmen, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, in den letzten über 30 Jahren, das ist so ein kleines Muster, gibt so ein roter Faden bei vielen. Denn das ist Aufschieberitis. Denn diese Menschen wissen ganz genau, wenn ich dieses Projekt jetzt angehe, dann sollte ich den A an die Wand bekommen und den A vom Sofa hochbekommen. Und das ist natürlich aufwendig, energetisch aufwendig. Dazu brauche ich Energie, dazu muss ich mich anstrengen. Und genau das ist Programm. Und jetzt ist die Frage, läuft es bei denen unterbewusst ab oder bewusst ab? Hm, da gibt es auch sicherlich einige Bremsen, die im Unterbewusstsein ablaufen, die wir gar nicht so bewusst bewerten, sondern wir entscheiden uns einfach intuitiv, nein, das machen wir jetzt nicht. Denn hinten dran ist immer die Rechnung, welchen Aufwand betreibe ich dafür, was muss ich dafür ändern. Welchen Einsatz bringe ich dafür? Und dann haben wir ganz schnell eine Rechnung, dass es ja viel zu anstrengend ist, viel zu aufwendig und dass dann alle anderen Sachen zu kurz kommen. Und dann können wir das jetzt natürlich nicht machen. Und das passiert ganz oft. Entweder im Bereich des Business, raus aus der Komfortzone, denn in der Komfortzone ist es bequem, da bleibt niemand mal drin. Und das Gleiche gilt natürlich auch beim Sport. Das Gleiche gilt auch bei der Ernährung. Das Gleiche gilt auch beim Schlaf und bei der Achtsamkeit. Ah, jetzt habe ich keine Zeit. Weißt, wenn ich dann mich gesund ernähre, dann muss ich ja schon viel mehr einkaufen und muss viel mehr in der Küche stehen. Und wenn ich jetzt Sport betreibe, dann habe ich ja keine Zeit, weil das ist ja drei Mal in der Woche. Ah, das geht im Moment nicht. Nein, 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 nein. Das ist Aufschieberitis. Das ist die Angst, davor es nicht zu schaffen. Das ist die Angst, wir können das nicht schaffen. Die steckt ganz oft dahinter. Versagensangst, Verlustangst. Versagensangst, ich fange jetzt was an, habe einen Deal gemacht mit jemand anders und dann schaffe ich es nicht. Und dann verliere ich. Das heißt, ich verliere das Ansehen bei diesen Menschen. Ich rutsche bei diesen Menschen von der Etage oben nach unten. Das ist dann die eigene Bewertung. Das ist keine fremde Bewertung, weil die fremde Bewertung hat noch gar nicht stattgefunden. Das ist die eigene Bewertung. Angst vorm Statusverlust. Ja, der denkt, ich bin ein cooler Typ, ich bin gut drauf, ich kann das und dann kacke ich ab. Jetzt denkt er bestimmt, dass ich eine Pfeife bin. Also lassen wir es lieber mal sein. Oder wir suchen uns jetzt mal ganz viele Ausreden, warum wir es im Moment nicht machen können. Das gilt in allen Bereichen. In meinem Bereich ist es ganz oft so, dass ich viele kennenlerne. Weißt du, Andreas, ich sollte auch mal. Aber im Moment. Ja, weißt du, Andreas, ich müsste auch mal. Eigentlich sollte ich ja. Wow, was sind das für Wetter? Ich müsste, ich sollte eigentlich. Kannst du sofort cutten. Das funktioniert nicht. Und hinten dran steckt nichts anderes mit der Wunsch. Ich würde jetzt zwar gerne, aber ich finde selber sehr viel Ausreden, warum ich es nicht machen sollte. Warum ich tatsächlich dort bleiben sollte, wo ich bin. Weil es bequem ist, weil es einfach ist, weil es energetisch nicht so aufwendig ist. Alle Dinge, die wir neu machen wollen, sind energetisch sehr aufwendig. Warum? Alle Dinge, die neu sind, müssen neu strukturiert werden. Das heißt, wir müssen, wir werden Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen sind energetisch aufwendig. Somit kostet uns Energie. Und wenn wir aber keine Energie haben, geben wir dann gerne Energie her. Natürlich nicht. Aber wenn wir es nicht umstellen, mehr Bewegung, gesunde Ernährung, werden wir dann jemals überhaupt mehr Energie haben? Werden wir dann jemals überhaupt motiviert sein? Denn Motivation heißt, wir brauchen Energie. Denn wer motiviert ist, braucht Energie. Wer keine Energie hat, wer nicht ausgeschlafen hat, wer keine Power hat, wer keine Leistungsfähigkeit hat, keine maximale, der wird auch keine Motivation in den Tag legen. Weder im Business-Bereich, noch im privaten, noch im sportlichen Bereich. Noch im gesundheitlichen Bereich. Es ist ein Teufelskreis. Und genau das ist das, was ich immer wieder erlebe von ganz vielen Menschen. Diese Aussage, also im Moment geht es nicht. Ein Vierteljahr später, ah nein, im Moment geht es nicht. Ein Vierteljahr später, ah jetzt kann ich es gerade nicht machen. Und dann erkennt man ein Muster. Viele sagen, ja, diese Menschen sind halt so intelligent und wissen, dass sie es gerade nicht machen können. Die werden es nie machen können. Es gibt Menschen, die sind Entscheider, die sagen, yes, ich weiß, dass es wichtig ist, ich mache das jetzt. Die denken nicht lange darüber nach, das sind spontane Entscheider. Das sind die Umsetzer. Das sind die Menschen, die extrem erfolgreich sind, die kurz darüber nachdenken, ihr Bauchgefühl überprüfen, kurz sich vorstellen, schaffe ich das? Yes, schaffe ich das. Die überlegen nicht lange, die suchen nicht lange nach Nachteilen. Die suchen nicht lange, warum ich es nicht machen könnte. Sondern die suchen nach den Vorteilen. Yes, okay, alles klar, ich beschäftige mich schon fünf Jahre damit. Ich habe zu viel Körpergewicht, ich bin unsportlich, meine Mobilität leidet. Ich habe keine Power mehr, ich kann schlecht schlafen, meine Energie spiegel ist im Keller, ich bin ständig erschöpft. Alles klar, es gibt eine Maßnahme, die kann ich ergreifen, die ergreife ich jetzt, Schluss, Ende, aus, Punkt. Egal mit allen Konsequenzen. Das sind die Umsetzer, das sind die Gewinner. Geht mal raus und schaut mal draußen nach. Da werdet ihr keinen Umsetzer, keinen Gewinner finden, der ewig zögert. Ja, jetzt habe ich aber keine Zeit. Jetzt geht es aber gerade nicht. Das so denken die nicht. Das sind Menschen, Umsetzer, haben einen klaren Fokus, ein bisschen ganz genau, was ist gut für sie, was ist nicht gut für sie. Und sie können abschätzen, was sie leisten können. Und da gibt es wieder Menschen, die es nicht abschätzen können, die super vorsichtig sind, super ängstlich sind. Die dann sagen, bevor, nein, ich mache es lieber nicht. Und das ist auch wieder eine Effizienzblockade. Denn die Power, es umzusetzen, haben die meisten Menschen. Die Angst davor, es nicht zu schaffen, das ist das, was blockiert. Die Angst, es nicht zu schaffen, die Angst, alles in die Unternehmung zu bekommen, das ist genau das, was die meisten fürchten. Und wenn du jetzt sagst, weißt du auch, Andreas, wenn ich überlastet bin, ich sowieso viel zu arbeiten habe, wenn ich sowieso nicht gut schlafe, wenn ich sowieso ständig ausgepowert bin und überlastet bin, dann soll ich auch noch Sport machen. Ja, genau dann sollst du Sport machen. Weil diese Auszeiten dreimal in der Woche, 45 bis 60 Minuten, auf nur 30 Minuten dreimal in der Woche, sorgen dafür, dass dein Leistungspotenzial wieder nach oben geht. Denn es ist nachgewiesen, dass wenn Menschen gestresst sind, es ist nachgewiesen, wenn Menschen unglaublich unter Strom stehen, dass diese Bewegung, diesen Einsatz in der Gesundheit, genau dann besonders förderlich ist. Wenn sie sich dann noch mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen, gesunder Schlaf, ausreichender Schlaf, Thema gesunde Ernährung dazu, dann können die ihren Stress kompensieren. Genau dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich um Gesundheit zu kümmern. Nicht dann, wenn alles super läuft, wenn alles easy ist, sondern genau dann, wenn die Herausforderung groß ist, weil da ist der Bedarf am größten. Und ist man einmal eingestiegen und hat diesen Mehrwert, diesen Mehrwert erfahren, was es dadurch gibt, diese Erhöhung der Leistung, die bessere Performance, die bessere Körpersprache und natürlich auch diese Motivation, die dadurch entsteht. Das ist unglaublich. Ich habe das jeden Monat, fünf bis sechs neue Coaches fangen an und immer nach sechs, acht bis zehn Wochen kommt die erste sagt, Andreas, weißt du was? Ich hätte niemals gedacht, dass Ernährung, Bewegung, Schlaf und Achtsamkeit, dass das so ein Energybooster ist, dass ich dadurch so viel mehr leisten kann. Ich habe aktuell einen Coach, der hat mir klipp und klar erst vor einer Woche gesagt, Andreas, weißt du was? Ich arbeite im Moment pro Tag zwei Stunden weniger und mache 30 Prozent mehr Umsatz, weil mein Fokus glasklar ist. Ich habe die Energie wie eine Maschine. Es ist unglaublich, wie ich ins Umsetzen komme, dieses ganze Prokrastinieren, dieses ganze Vor-sich-Her-Schieben ist weg, weil ich energetisch geladen bin, packe ich jedes Projekt an und setze jedes Projekt um. Weil ich ausgeschlafen bin, weil ich Power habe, weil ich Energie habe. Andreas, ich fühle mich wieder wie vor 20 Jahren. Das hättest du mir vor acht Wochen oder vor zehn Wochen jemandem gesagt. Ich sage, ja, ja, klar, Werbung. Man muss es erst mal erleben und fühlen. Und dann sagt man, hey, warum habe ich nicht schon früher? Es ist doch immer so, oder? Wir machen irgendwas oder schieben was vor uns her und irgendwann machen wir das und kurz danach denken wir, warum habe ich das verdammt noch mal nicht früher gemacht? So schwer war es doch gar nicht. Ja, ihr Lieben, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, genau das ist es. Schiebt es nicht immer vor euch her. Wenn ihr einen Bedarf habt, dann deckt diesen Bedarf. Und vor allem, wenn es ein Bedarf ist für die Gesundheit, ein Bedarf für körperliche und geistliche Gesundheit, wenn es um euer Körper geht, um das Einzige, was ihr habt, denn wenn ihr keinen gesunden Körper mehr habt, dann habt ihr gar nichts mehr, keinen Erfolg mehr, irgendwann gar nichts mehr. Ihr könnt eurem Business nicht mehr weiterarbeiten, weil ihr angeschränkt seid. Entweder ihr seid psychisch am Ende, das heißt nicht mehr belastbar, Burnout, was es alles da gibt, ständige Erschöpfung, Schlaflosigkeit, oder ihr seid körperlich so desolat. Blutdruck zu hoch, 20, 30 Kilo Übergewicht, fühlt sich nicht gut an, keine energetische Körpersprache mehr. Und dann versucht man, seine Mitarbeiter anzustecken. Dann versucht man, mehr Umsatz zu machen, indem man selber eine Körpersprache Energie hat, die bei weitem nicht motivierend ist und verlangt dann von seinem Mitarbeiter, hey, jetzt gebt ihr aber mal Gas. Finde mal den Fehler. Findet mal den Fehler. Funktioniert nicht. Und genau aus diesem Grund, Freunde, hört auf, mit diesem für euch herschieben. Und hört auf, ständig nach Argumenten zu suchen, warum ihr das gerade nicht machen solltet. Ich garantiere euch, wenn ihr eine Liste nehmt, bei neuen Vorhaben, je nach Persönlichkeitstyp, und die meisten finden Argumente dagegen, warum sie es nicht machen sollten, viel schneller, viel mehr Argumente, warum sie es nicht machen sollten. Das sind von Natur aus Pessimisten, da ist das Glas immer halb leer. Und da findest du Persönlichkeitsprofile, die überlegen nicht lange. Die machen kurzen Schnitt und sagen, zack, 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 Bauchgefühl fühlt sich gut an, mache ich, setze ich um, weil ich weiß, ich kann es. Und die anderen, ah, ich weiß nicht, und dann kann das passieren, das Risiko ist da, und das kann in die Hose gehen, und den Verlust habe ich noch, und zack, sind sie raus. Vierteljahr später versuchen sie es nochmal, zack, sind sie raus. Warum? Weil sie sich dieses Muster angewöhnt haben. Weil die Angst zu dominant ist. Und die Angst ist, warum zu dominant? Weil die Angst zu viel Macht hat. Die Angst ist normalerweise ein Motivator, aber keine Bremse. Natürlich ist es gut, wenn wir Ängste haben, aber die Ängste müssen wir dosieren. Die dürfen wir nicht einfach frei laufen lassen, die müssen wir zügeln. Das ist unsere Aufgabe. Denn die Ängste ist ja wichtig, die ist ja wichtig, dass es gibt, weil die sorgt ja dafür, dass wir nicht unvorsichtig werden. Nur wenn die Angst uns ständig blockiert, ständig ausbremst, dann haben wir ein Problem. Dann können wir nicht ins Tun. Dann bleiben wir in der Komfortzone. In der Komfortzone ist easy, kostet uns keine Energie, keine Entscheidung, nichts, gar nichts. Und dann sind wir unzufrieden. Und jammern rum, und sind über die ganze Welt unzufrieden, schimpfen über andere, weil die gut sind, weil die umsetzen. Wir haben Hass gegen die, können sie nicht leiten, finden es scheiße, was die machen. Warum? Weil sie erfolgreich sind, weil sie Umsetzer sind, weil sie genau das machen, was sie auch gerne machen würden. Nur wir sind nicht in der Lage, wir setzen es nicht um. Freunde, Entschuldigung, wenn Sie jetzt ein bisschen emotional waren, ein bisschen impulsiv, aber es ist einfach das, was ich immer wieder höre. Immer wieder höre. Und wenn dann im Gegenzug diese Menschen wieder hörst, wie unzufrieden sie sind und mein Bauch stört mich und ich kann keine fünf Stockwerke, mal laufen, bin total erschöpft und ich schwitze, ich habe Bluthochdruck und der Schweiß riecht nicht gut, ich merke, dass ich nicht fit bin, ich schlafe nicht mehr gut. Meine Frau, wir haben keinen guten Kontakt mehr, meine Kinder finden es auch nicht schön, meine Kinder sagen auch schon, ich sollte mehr Leistung bringen, ich sollte ein bisschen mehr Sport machen. Papa, du kannst gar nicht mit uns spielen, du bist immer weg und du kannst gar nicht mehr fünf Meter laufen. Mit Freunden kann ich kein Tennis mehr spielen, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren gehen, weil ich nur noch träge bin, nur noch müde, träge, übergewichtig und ja, energetisch komplett zerstört. Ich müsste ja eigentlich, ich sollte ja, ja weißt du Andreas, ich müsste tatsächlich mal, ja nix, ich müsste, ich sollte. Du wirst, entweder du wirst es tun, du wirst es nicht tun, entscheide dich und verfall nicht immer in diese Weichmache, eigentlich sollte ich, ich müsste mal. Wenn du tust es, tust es nicht. Auf was wartest du? Auf was wartest du? Wartest du auf den optimalen Zustand, wartest du auf den optimalen Zeitpunkt? Du wirst ihn mit diesem Persönlichkeitsprofil nicht finden, den optimalen Zeitpunkt, weil du immer mehr Argumente hast dagegen, warum du es nicht tun sollst. Tu es einfach, setz es um, du weißt, dass du es brauchst, du weißt, dass es dir gut tut. So, das war jetzt genügend, ja, geschimpft, Freunde, es ist tatsächlich nicht so schwer, wie wir es uns immer vorstellen. Denn andere schaffen es auch und hört bitte auf mit dem Argument, ja, der hat es besser. Der muss die gleichen Entscheidungen treffen. Der hat die gleichen Herausforderungen. Aber er tut es einfach. Er nimmt den Mut, er nimmt allen Mut zusammen und sagt, ich mache es. Und bei dir ist es vielleicht so, wenn du nicht so bist, wenn du vom Persönlichkeitsprofil anders bist, kann es tatsächlich sein, dass du eine dominante Angst hast, die dich ausbremst, der sogenannte Effizienzblockade. Und so ist die Frage, kann man diese Effizienzblockaden abbauen? Natürlich kann man diese Effizienzblockaden abbauen. Es gibt Menschen, die haben sie nicht. Die sind von Natur aus einfach mutiger. Es ist in den Genen verankert, das hat unsere Evolution mit sich gebracht, in den Genen eingeschrieben, weil die Vorfahren ähnlich waren. Jetzt bist du ein ängstliches Wesen, weil du natürlich in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo die Eltern ängstlicher waren, die Mutter vielleicht ängstlicher war. So hat sie das mitgegeben. Somit bist du jemand, der ängstlich ist, der zögerlich ist, der eben nicht diese spontane Entscheidung trifft. Und jetzt ist die Frage, müssen wir mit dieser genetischen Veranlagung einmal das Grundmuster, was von den Vorfahren eingetragen ist, und die gespiegelte Verhaltensweisen von einem der Eltern, müssen wir das tatsächlich mit ins Grab nehmen? Nein, müssen wir nicht. Denn es gibt tatsächlich Techniken, die dafür sorgen, dass wir diese Angst ablegen. Das ist einmal die Technik, irrationale Kerngedanken durch rationale Gedanken zu ersetzen. Denn wenn wir mal eine Angst uns vorknüpfen und dich mal fragen, vor was hast du Angst? Du weißt, ich habe Angst, dieses neue Projekt anzugehen. Dann fragen wir dich, wie viele Projekte hast du irgendwann schon im Leben gemacht? Dann sagst du zum Beispiel, ich habe schon 15 Projekte gemacht, neue Projekte. Und dann fragt man dich, sind diese Projekte gut ausgegangen? Warst du damit erfolgreich? Und dann sagen 99 Prozent, ja, die Projekte haben alle funktioniert. Alle 15. Ja, Entschuldigung. Hat dann die Angst ihre Berechtigung? Wenn sie dich in einem Projekt zurückhält, wenn du da nicht ins Umsetzen kommst, dann fragst du dich selber, wie viele Projekte, bis du schon angegangen hast, warst erfolgreich. Dann stellst du fest, hey, ich war schon, mehr erfolgreich wie nicht erfolgreich. 80, 90 Prozent aller meiner Projekte haben immer funktioniert. Vor was hatte ich Angst? Warum habe ich davor Angst? Ja, manchmal wird man in Projekte reingeschubst, da geht es nicht anders, da treffen andere die Entscheidungen und man stellt fest, hey, alles easy. Und somit ist die große Frage, ist diese Angst dann tatsächlich berechtigt, die du hast? Nein, ist sie nicht. Natürlich dürfen wir die Ängste haben, das sagt keiner was. Natürlich dürfen wir die Ängste haben. Jetzt brauchst du nur noch ein Werkzeug, um diese Ängste abzulegen. Die Sicherheit, dass du schaffst. Die Sicherheit nimmt dir die Angst. Und die Sicherheit kann dir nicht nur jemand von außen geben, sondern die Sicherheit gibst du dir selber. Und genau das ist das, was man lernen kann, wenn man irrationale Kerngedanken durch rationale ersetzt. Denn oben zwischen unseren Ohren entscheiden wir, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ich noch ein Blatt Papier. Zwischen den Ohren. Wenn du nicht davon überzeugt bist, und deine Angst dominant ist, und deine Angst hier nur Argumente gibt, dass du es nicht schaffst, warum du es nicht schaffst, dann wirst du es nicht schaffen, ganz klar. Und du wirst ganz klar nach Dingen suchen, die dich behindern, dass du überhaupt einsteigst. Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Zuschauer jetzt wachgerüttelt habe. Und du jetzt sagst, ey, stimmt. Diese verdammte Angst, dieses verdammte Hinausschieben, dieses verdammte Progressionieren, dieses verdammte Aufschieberitis, muss nicht sein. Ich habe schon so viel in meinem Leben erreicht. Ich war schon in vielen Dingen erfolgreich. Ich muss mir nur mal darüber nachdenken. Und dann denkst du darüber nach, wo du Erfolg gehabt hast. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in diesem Moment, wenn du diese Bilder im Kopf hast, wo du Erfolg gehabt hast? Du fühlst dich gut, dir geht es gut. Warum? Weil dein Körper Hormone produziert, Belohnungshormone, Entspannungshormone, Siegshormone. Ja, es ist so, im Millisekundenbereich, weil du das vorgestellt hast. Und jetzt drehen wir den Spieß um. Stell dir mal vor, dass du es nicht schaffst. Stell dir mal vor, du versagst auf ganzer Ebene. Du hast diesen Verlust. Wie geht es dir jetzt? Jetzt in diesem Moment fühlst du dich nicht gut, weil genau das Gegenteil an Hormonen produziert wird. Dafür bist du verantwortlich. Dafür ist dein Gehirn verantwortlich. Die Bilder, die du produzierst, die Gedanken, die du hast. Und Gedanken sind immer mit Bildern verbunden. Und die produzieren Emotionen. Ja, so ist es. Es ist recht einfach. Jetzt noch mal. Stell dir noch mal vor, diese Momente, wo du gnadenlosen Erfolg gehabt hast. In der Schule, bei einer Prüfung, bei einer Sportprüfung, bei der Fahrerprüfung, bei der Gesellenprüfung, bei einer Weiterbildung, wo du richtig gut warst. Oder nur bei einer Kleinigkeit. Du hast irgendeinen Sport gemacht und hast auf Arme was erreicht, was du dir vorher nie vorstellen konntest. Wie fühlt sich das an? Denk mal darüber nach, wie ein Erfolgserlebnis ist. Siehst du? Füll mal. Und jetzt hast du ein Grinsen im Gesicht. Weil du genau diesen Moment genommen hast. Und jetzt hast du dich selber überzeugt, dass du es kannst. Das darf ja auch noch eine hormonelle Belohnung bekommen. Ist das nicht sensationell? So. Ich hoffe, dass ich dir jetzt viel Input geben konnte, dass du in Zukunft nicht mehr prokrastinierst, dass du in Zukunft nicht mehr aufschiebst, sondern dass du ins Tun kommst. Vor allem, wenn es um deinen gesunden Körper geht, um den gesunden Geist. Du hast nur einen Körper. Du kannst nicht den Schrank aufmachen, neun rausholen. Der geht nicht. Also kümmere dich bitte darum. Und du weißt, wie es jetzt geht. Und jetzt sagst du Andreas. Aber ich möchte es nicht allein machen. Ich brauche einen Coach, so wie dich, der mich an der Hand nimmt und führt. Dann kannst du jetzt hergehen und in den Shownotes, in den Bemerkungen guckst du mal rein. Und da findest du www.andreas-trienbacher.com Und da gehst du drauf, klickst einmal an und da landest du direkt im Kalender. Dann suchst du dir jetzt deinen Wunschtermin raus. Und dann hast du ein erstes Gespräch, ein unverbindliches mit meinem Mitarbeiter. Und der schaut mal, was sind deine Wünsche? Passen deine Wünsche zusammen? Sind wir kompaktibel? Und wenn wir kompaktibel sind, dann haben wir in Kürze unser erstes unverbindliches Beratungsgespräch, wo du mir deine Wünsche vorstellst und ich zeige dir ganz klar die Strategie, wie gehen wir vor, dass du Erfolg hast. auf allen Ebenen. Schlaf, Achtsamkeit, Ernährung, Bewegung, Körpergewicht, Entscheidungen treffen, das ist meine Arbeit. Als Ernährungsberater, Personal Trainer, Motivationstrainer, Mentaltrainer, kognitiver Coach, das ist meine Arbeit, auf die ich mich freue und zwar mit dir. So, du bist dran. Einmal eintragen und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust und bleib gesund.